Hallo und willkommen zum Videotutorial, diesmal die Wenn-Dann-Sonst-Funktion. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten von Verschachtelungen, Kombinationen mit anderen Funktionen. Und ich schaue mir das jetzt genauer an. Ja, was genau ist eine Wenn-Dann-Sonst-Formel? Erst einmal vielleicht zum Aufbau beginnen, tun die Formeln oder in dem Fall ja eine Funktion immer mit einem Gleichheitszeichen. Dann kommt der Funktionsname, dahinter in Klammern kommen die Argumente. Die Argumente können abgetrennt sein durch einzelne Strichpunkte oder Semikolons. Und innerhalb dieser Argumente können Operanten und verschiedene Operatoren sein. Also plus, minus, mal geteilt, größer, kleiner, kleiner gleich, größer gleich, ungleich. Und damit lassen sich dann bestimmte Funktionen oder hinten dann Argumente bilden. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Zahl, von der wir etwas abziehen wollen. Wenn wir also hier rechnen, diese Zahl a12 minus b12, dann haben wir hier die positive Zahl 10. Wenn wir das allerdings umgekehrt machen, wenn wir hier also 70 haben, dann kommt hier minus 10 raus. Wenn wir aber immer positive Zahlen brauchen, kann man sich mit so einem Wenn-Dann-Sonst-Feld behelfen. Also ist gleich Wenn, Klammer auf. Jetzt kommt eine Prüfung. Das heißt, diese Zelle wird überprüft. Ist die größer als diese Zelle? Wenn das der Fall ist, dann kann er auch diese Zelle, also die größere Zelle, minus die kleinere Zelle rechnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss er es umgekehrt machen. Dann rechnet er diese Zelle minus diese Zelle. Zum Schluss wird das Argument abgeschlossen mit einer Zuklammer. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also ich habe jetzt hier die größere Zelle, dann rechnet er 70 minus 60. Wenn ich hier die größere Zelle habe, dann rechnet er 80 minus 70. Sonst käme wieder minus 10 raus. Ja, wir kennen das Wenn-Dann-Sonst-Feld ja eigentlich schon aus der Seriendruckfunktion in Word. Hier kann man das ebenfalls machen. Wir hätten also hier die Funktion Wenn, dann kommt die Prüfung. Und jetzt aufgepasst, wir suchen nach Text. Und wenn wir nach Text suchen, dann müssen wir das in Anführungszeichen setzen. Also wenn ein Herr erscheint, dann soll er auch Text ausgeben. Sehr geehrter Herr. Wichtig ist, Anführungszeichen oben, also diesen Textbereich abschließen, Semikolon. Wenn das nicht der Fall ist, wenn hier kein Herr anzutreffen ist, dann schreibt er Sehr geehrte Frau. Wieder Anführungszeichen oben und das Argument mit einer Zuklammer abschließen. So, jetzt steht hier Sehr geehrter Herr. Wenn ich die Formel nach unten kopiere, wird automatisch immer das Feld nebenan überprüft. Das bedeutet, dieser Formel wird dieses Feld überprüft, dieser Formel links daneben. Und ich habe hier entsprechend bei der Frau Sehr geehrte Frau und beim Herr Sehr geehrter Herr. So, jetzt steht hier sehr, 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 sehr.